Die Lebensmühle von Immerhahn! Als ein Bauwerk ein wahres Schmuckstück und ein Wahrzeichen für die Region. Die Baukunst, Neuromane, das sah man auch von weitem schon. Die hohe Doppelturmfassade, sie war die einzige im ganzen Kreis. Sie musste den Baggern weichen, fehlt für Wahnsinn, immer noch bereit. Im Dom von Emera sah man die Glocken fehlen. Beim genauen Hinschaum sah man Seelen sich von dannen stehlen. Für die Menschen war die Kirche ein Dom und so war sie bekannt. Niemand lebt mehr, der mit ansah, wie die Kirche dort im Dorf entstand. Ich widme schon vor ein paar Jahren, sechs Glocken waren längst abgeseilt. Sie war immer schon mehr als ein Bauwerk, Frau Richard Mancher vor dem Dom verweilt. Im Dom von Emera sah man die Glocken fehlen. Beim genauen Hinschaum sah man Seelen sich von dannen stehlen. Und der Kanzel hat so oft der Pfarrer gepredigt und lasst Gott das Wort. Und auch so viele und gesegnet, der Altar war ein Heil gebrochen. Und viele ließen sich hier trauen, betrauert hat man manchen nie. In Glück und Leid stand man zusammen in der Messe und danach ein Gehen. Im Dom von Emera sah man die Glocken fehlen. Beim genauen Hinschaum sah man Seelen sich von dannen stehlen. RWE nahm dem Ort die Zugrunde, den Menschenheimatwohnunghaus. Die Gärtenfriedhof, Dorfgrugschule vertrieb sie aus dem Ort in den Ort. Wo einstmals Häuser ihn umgaben, dort stand der Dom am End allein. Von Gott verlassen und verloren und keinen ließ man mehr hinein. Im Dom von Emera sah man die Glocken fehlen. Bei den Auen im Schaum sah man Seelen sich von dannen stehlen. Wie kälte sie die St. Lambertus, lang stand sie dort in Nimmera. RWE kam mit großen Baggern für den Nachwes und dann war sie platt. Und für alle Zeit verloren, für ein Loch, das niemanden mehr nützt. Die Zeit der Braunkohle, sie ist vorüber. Wer bleibt, wer dieses Land beschützt? Ich hoffe ihr. Der Dom von Emera war entschwunden wie die Seele. Nur wer sich noch an ihn erinnert, kann von ihm erzählen. Der Dom von Emera war entschwunden wie die Seele. Nur wer sich noch an ihn erinnert, kann von ihm erzählen. Der Dom von Emera war entschwunden wie die Seele. Der Dom von Emera. Der Dom von Emera. Der Dom von Emera. Dann erzählen, wenn er linealte, Vielen Dank.